Das Leben ist eine fette, dicke, große Party. Ich bin die David, ich benutze die Pronomen Sie, Ihre für mich und mein Fachgebiet ist Beauty. Ich mache Haare und Make-up und alles, was dazugehört. Eine meiner liebsten Beauty-Hacks ist, dass man den Pferdeschwanz oder den Dutt versetzt, denn dann leiden die Haare weniger und du musst weniger Angst vor Haarbruch haben. Drei Beauty-Produkte, ohne die ich nicht leben kann, sind eine Wimpernzange, eine Hornhaut-Hobel und meine Augenbrauen-Pomade. Ich finde es so toll, dass du so offen bist. Meine schlechteste Angewohnheit, die ich mit euch teilen möchte, ist, dass ich sehr nachtragend bin, das aber im Hinterkopf behalte und versuche, besser zu werden. Klappt aber nicht. Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, war von Vivian Westwood und da sagte sie, wenn die Menschen aufhören würden, schwarz und weiß zu denken, dann gäbe es viel weniger Probleme und dass die Menschen aufhören sollen, ihre eigene Meinung über die Meinung anderer zu stellen. Mein Traum-Dinner-Gast. Das Problem ist, ich esse halt nicht so gerne vertikal, ich mache das lieber horizontal. Das heißt, es müsste eine Person sein, die neben mir im Bett liegt und mit mir dinnert. Mariah Carey. Meine Hoffnung für die Show ist natürlich, dass wir gesellschaftlich einiges verändern können zum Positiven. ... ... ...